Schatz, tritt mir mal aus, wir gehen in die Halle. Aber wir gehen schon mal in die Halle. Lang zum Kaufen. Stopp. Ich kann schon mal spielen. Ich kann schon mal spielen. Super. Schau. Was machen wir jetzt noch? Super. Genau. Schön. Ja, ich habe das Kind, der kann nicht mehr da in die Halle.